Hallo und willkommen bei My Yu-Gi-Oh! TCG. Ich habe mal wieder eine vergessene Yu-Gi-Oh! Karte für euch. Und anders als das meistens der Fall ist, haben wir diesmal keine Monsterkarte, sondern eine Falle, nämlich Seelenwechsel. Wir schauen uns die Karte mal ein bisschen genauer an. Es ist eine normale Fallenkarte und der Effekt sagt, beschwöre ein Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Solange es offen auf dem Spielfeld liegt, erhältst du keinen Schaden. Wenn es das Spielfeld verlässt, gewinnt dein Gegner das Duell. Ja, diese Karte kann einen also im letzten Moment vor dem Verlieren schützen, entweder durch Angriffe oder durch direkten Schaden. Erschienen ist die Karte 2014 im Booster Dragons of Legend. Ein Reprint, nämlich diesen hier, hat es in Dragons of Legend Unleashed bekommen, 2016 dann. Warum eine vergessene Karte, wenn es sie erst seit so kurzer Zeit gibt? Ja, es ist eine Anime-exklusive Karte, eingesetzt von dem Pharao Yami Yugi im Duell gegen Darts in der vierten Staffel. Und zwar wird Yugi von der göttlichen Schlange G angegriffen, würde das Duell eigentlich verlieren, aber durch Seelenwechsel kann er das dunkle Magier-Mädchen als Spezialbeschwörung von seiner Hand beschwören. Und solange dieses Monster draußen ist, kann er das Duell nicht verlieren, so zumindest der Anime-Effekt. Ja, im übertragenen Sinne macht die echte Karte das Gleiche. Solange das Monster draußen ist, bekommt man keinen Schaden, verliert aber dann eben, wenn es das Feld verlässt. Ja, dementsprechend eine Anime-exklusive Karte das Ganze, denn die Orikalkos-Staffel gab es im Manga nicht. Die Besonderheit, warum ich diese Karte jetzt ausgewählt habe, ist einfach, ja, man kennt sie aus dem Anime, aber es ist keine Karte, die einem so wirklich in Erinnerung bleibt. Da sind dann die Ritter um Timäus, Critias und Hermos und vor allem die Fusion doch ein bisschen eindringlicher gewesen. Die ganzen Orikalkos-Karten von Darts, da gerät Seelenwechsel schnell mal in den Hintergrund. Die Karte hat auch, als sie rausgekommen ist, meiner Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätte. Spielen wird man sie nicht mehr unbedingt. Ja, trotzdem ist es eine tolle Karte, die einfach hier eine Erwähnung verdient hat. Es ist eine vergessene Karte und deswegen haben wir Seelenwechsel heute hier. Das war es tatsächlich auch schon wieder mit dem Video für heute, relativ kurz. Wir machen dann das nächste Mal weiter. Schreibt einfach ein paar Vorschläge in die Kommentare, welche Karten ihr hier gerne mal sehen würdet. Und ich schaue mal, was sich da machen lässt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.